Winzer, Operation, Eheprobleme und Krebs. Prinzessin Kate hat aktuell mit vielen Problemen zu kämpfen und ein Ende scheint nicht in sich zu sein. Prinzessin Kate, das Drama geht weiter. Ein Unglück kommt selten allein. Das sagt sich so einfach. Aber wenn man es am eigenen Leib erfährt, verliert man irgendwann den Glauben an das Gute. Man kann nur hoffen, dass Prinzessin Kate, 42, noch nicht an diesem Punkt angelangt ist. 2024 brachte ihr bisher nämlich nur Leid und Kummer. Im Januar musste sie sich einer Operation unterziehen. Nach dem Eingriff erhielt die Prinzessin eine Hiobsbotschaft, die Ärzte hatten Krebs entdeckt. Eine Chemotherapie war nötig geworden. Schon jetzt befand sich Kate in der Hölle. Doch die Flammen schlugen immer höher. Bald kamen wilde Gerüchte auf, die an Kate's Ehre kratzten. Carol und Michael middelten, jetzt stecken sie in Schwierigkeiten. Ihre Ehe sei am Ende, sie wollen nicht mehr arbeiten und so weiter. Erst, als die Prinzessin ihre Krankheit öffentlich machte, verstummte das Gerede. Doch das Unglück nahm weiter seinen Lauf. Bald wurde gemeldet, dass möglicherweise Informationen aus Kate's Krankenakte gestohlen werden. Ein Insider sprach gegenüber der britischen Daily Mail gar von einem Erpressungsversuch, dem die Prinzessin mit ihrem Bekanntwerden der Diagnose ein Ende setzen wollte. Jetzt kam auch noch raus, dass Kate's geliebte Eltern Carol, 69, und Michael middelten, 74, in der Klemme stecken. Bereits 2023 mussten sie ihre insolvente Firma für Partyzubehör verkaufen. Zurück blieb ein Schuldenberg von rund 3 Millionen Euro. Nun verlangt die Firma, die das Insolvenzverfahren abwickelte, Gebühren von 303.000 Euro. Die Middeltons konnten 60.000 Euro abstottern, der Rest übersteckt wohl ihre finanziellen Mittel. Es sieht düster aus. Arme Kate. Doch immerhin hat sie mit William, 41, einen Mann an ihrer Seite, der sie in diesen schweren Zeiten so gut unterstützt, wie er nur kann.